So Leute, heute ist ein ganz besonderer Tag und zwar wie ihr schon im Videotitel gesehen habt, bauen wir unseren neuen PC zusammen. Die zwei Typen da, der Marcel und der Jakob, die bauen schon ein wenig und ja. So, als Case benutzen wir das VG4W ATX Case, dann als Prozessor den AMD FX 8CAM Prozessor. Für die nötige Grafikleistung haben wir dann die ASUS GeForce GTX 1060 Grafikkarte. Als Mainboard das ASUS 970 Pro Gaming Aura. Dann, damit wir das Ganze übertakten können, haben wir eine Corsair H45 Wasserkühlung. Dann als Netzteil haben wir eine VS550 von Corsair, die halt 550W hat. Dann, wo wir das alles speichern und so, haben wir uns entschieden, eine Sundisk zu nehmen mit 240 GB. Das ist eine SSD. Und als Arbeitsspeicher benutzen wir einen HyperX mit 8 GB. Das erweitern wir vielleicht dann noch demnächst. So Leute, ich filme jetzt noch ein bisschen wie die beiden da am PC bauen und ich glaube, das kommt auch noch so einen Porn rein, der jetzt gleich kommt. Und ja, ich würde sagen, viel Spaß beim Porn. Und ich, Marcel und Jakob, wir wünschen euch eine schöne Weihnachtszeit und ja, man sieht sich. Und ich, Marcel und Jakob, wir wünschen euch eine schöne Weihnachtszeit und ja, man sieht sich. Und ich, Marcel und Jakob. Untertitelung des ZDF, 2020 Outro